Läuten bei Harz und Herzlich, etwa bald die Hochzeitsglocken? Florian scheint über die Trennung von Marina hinweg zu sein und plant scheinbar schon die nächste Ehe. Junge Liebe in den Mannheimer Bens-Baracken In dem sozial schwachen Viertel, das Harz und Herzlich, Zuschauer bestens kennen, scheint die Welt rosarot. Meistens ist das Leben der Bewohner geprägt von Geldsorgen, EMT-ER-Stress und Arbeitslosigkeit, so auch bei Familienvater Florian. Doch seit einigen Wochen schwebt er auf Wolke sieben und spricht nun über überraschende Zukunftspläne. Harz und Herzlich, Familie zerbrochen, auf Lisa Maries Tod folgt Trennung von Florian. Als Florian das erste Mal bei Harz und Herzlich zu sehen war, war seine Familie glücklich. Zwar plagten sie regelmäßig hohe Tierarztkosten und Probleme mit dem Jugendamt, doch er und seine Frau Marina waren zufrieden. Doch im November 2022 erlitten sie einen großen Verlust, ihre Tochter Lisa Marie starb mit gerade mal 16 Jahren an Diabetes. Danach war in dem gelben Reihenhaus alles anders, die Beziehung von Marina und Florian zerbrach an der Tragödie. Nachdem der Harz und Herzlich-Protagonist seine Frau betrogen hatte, packte sie ihre Sachen und verließ die Benz-Baracken. Doch es dauerte nicht lang, bis Florian darüber hinweg war, auf Social Media präsentiert er stolz seine neue Freundin, oder schon Verlobte? Hochzeit bei Harz und Herzlich. Florian will neue Freundin, jetzt sofort heiraten. Auf TikTok schockt der Benz-Barackler seine Follower mit einer unerwarteten Beichte. Ich würde dich jetzt sofort heiraten, so sehr liebe ich dich, schreibt er in seinem neuesten Video. Darunter markierte der Harz und Herzlich-Star seine neue Freundin Dana. Steht etwa bald die nächste Hochzeit in den Benz-Baracken an? Das Einzige, was dem frisch verliebten Pärchen noch im Weg steht, ist Florians Ehe mit Marina. Das Paar ist zwar getrennt, aber noch nicht geschieden. Während Florian seine neue Beziehung in die Öffentlichkeit trägt und sofort die nächste Hochzeit plant, schweigt die Mutter seiner Kinder. Marina hat bisher kein Wort über ihren Mann und die Trennung verloren. Lediglich über die Erkrankung ihres Sohns sprach Marina Klartext. Fans dürfen also gespannt sein, ob in den Benz-Baracken bald die Hochzeitsglocken läuten. Straße Und Jonas Dann